Konradio Konradio Heidi, Heidi Deine Welt sind die Berge Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Haus. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein. Heidi, Heidi, brauchst du zum Glücklichsein. Heidi, Heidi, komm doch heim, find dein Glück, komm doch wieder zurück. Musik Kai, kannest du auch? Hey, Clara, ist das Wasser nicht so ein Spiel? Oh, hier ist ein bisschen schön da. Hey, die ist recht. Das ist ein prächtiges Glasbier mit Silberpapier. Das kenn ich nicht. Clara, Peter, Oma! Komm, komm, wir wissen, was ich nicht kenn. Komm, Heidi. Wie soll die wegharkloop nie? Ich wees, ich kon soos Heidi loop. Ach, Oma, das so dann wunderlich gewesen, als ich tot die boe allein kon geloop het. Jy kann lopen, Scheivel. Jy moet nicht aufstaan, jy weetmos. Ma, Oma, weetmos, was gebeur, als ich probeer. Mein bene ist nie sterk genug nie. Alles verbeelding. Jy kon nou aufstaan, als jy für die koei bang war. Ach, Clara, mein Kind, ich raas nie mit jou nie, al klink es so. Volgende keer komm jy allein hier naartoe. Ich sel probeer. Misschien is Oma rig. Es war eine gute Idee, um zu der Bode zu kommen. Vielleicht können wir wieder gehen. Vielleicht wieder, Klara. Ich gehe jetzt bei der Naste Russoort-Vakantie, um die Ausputzende Bergklimmerei zu erstellen. Ich bin nicht mehr so jung, nicht. Wenn ich eine Reel für Oma schreibe, dann weiß Oma, wie es mit mir geht. Und wenn Sie mir die Grootnusser erzählen, will ich die erste Postkots und kommen dann wieder zurück. Sie müssen viele Flux zu schreiben, so ein langes Brief, elke dag. Elke dag ist das notwendig? Natürlich, aber ich muss wissen, wie ich sie elke dag vorwär, nicht, Klara. Ich schreibe, Oma, und Klara, ich kann von mir neue Worte lernen, so dass Oma besser verstehe, was ich alles auf die Papier kreide. Gut, dann ist das aufgespräch. Ich schreibe, Oma, und sie elke dag zusammen für Oma ein Brief schreibe. Und als die Brief kommt, wobei ich wach, muss ich eine große, große, große Zirkel auf die Koffert schreibe. Ich schreibe, die Postbode dann vertel, was das betekent, so dass sie mich von ver auf die Karte roepen. Ich hoffe, wir schreibe die Brief ein Tag kann schreibe. Ich schreibe, glaube ich. Ja, Oma. So, Oma, die ist gut nach Klara, kijk, ne? Aber das hoef ich mich nicht mehr zu fragen. Da kommen wir zurück. Ich bin so glücklich für hier. Hoi, Oma. Maggau. Probeer wieder um zusammen mit die Bokketaart zu löp. Ich muss aufpassen. Was ist da gebeur? Aber auch, wie frage ich das nun so kedom, frage? Ich kann uns selbst denken, was da gebeur. Wie kommt man uns nicht aufskeitspartei kennen? Wie Oma? Nee, für Peter. Damit will ich so von bei Dankie sagen. Wie ist das für dich? Ich kann eine Aufskeitspartei kriegen. Was ist das nun? Ach, ich frage nicht so klein, Sinkie. Ma, ich ist noch klein als ich da, nicht. Hoi, Klara! Was wacht, ich will mich sagen, was wir gehen? Julle, fluister, doch. Das soll ich morgens sehen. Das ist ein Geheim. Ein Groot. Das ist nie ein Groot Geheim, meneer. Ein Geheim ist ein Geheim. Ja, komm morgens an, nach uns Winterreist. Hoi, komm. Wacht, wir. Säle, ich zweis, um te eet, morgens? Sä, jy, von, Klara? Ein Mensch mit mir wach und kijk. Ein Verrassungs muss ein Mensch verras, anders ist das nicht mehr ein Verrassungs. Ja, das ist ein Mensch ein bisschen dauer, denkt uns hier recht. Ein Mensch kann sie nicht leer bauen. Peter, will jy zusammen mit uns gehen? Oder will jy lieber noch ein Rücken hier bleiben? Nee. Ja. Ja, ich muss auch gelukkig nun laufen. Ich komme nach, dass das ist mit die Verrassungs zu tun. Ja, ich muss die Zeit sein, Peter. Das ist ein Mensch. Morgen, ich habe auch dauer nachgedacht. Ja, ich habe auch dauer nachgedacht. Und was nun? Oh, gelukkig soll ich nun mal nicht mit wach. Es ist mir alt. Wir können ja. Tot morgen, Kinders. Lekker schlau, Oma. Ich habe auch nicht wach nie, Oma. Tot ziens. Lekker schlau. Oh, ich bin so aufgewand. Ich habe auch dauer nachgedacht. Oh, ich habe auch dauer nachgedacht. Klar, ich habe auch noch die Teer mit die Träuwe. Ja, es war lecker. Ja, ich habe auch ein Prachtige Brü. Ja, sehr schön. Ich habe auch noch so getanzt. Es hat Oma nicht weggeslub. Sie hat Angst vor uns zu sehen. Ich habe auch das noch gut. Ich habe auch die Träuwe, als ich dauer nachgedacht habe. Ja, ich habe auch die Träuwe, als ich dauer nachgedacht habe. Ach, ich habe auch das gewusst. Nein, ich habe auch gedacht, dass Oma hier ernst bei ein Resort ging und auf eine besondere Brief ging ging wach. Ja, aber da ist doch nichts mehr verkeerd, nie. Wie kommt, nie? Klara, was ist das? Wie kommt, nie? Ich habe auch die Träuwe, weil ich doch nicht kann laufen, nie. Ach, kommt, ja. Ja, ich kann auch klar laufen, Klara. Aber als ich nicht probiere, nie, ich will nie, das weiß ich, doch. Das ist moeilijk. Das ist makkeliger als das, was ich denke. Probeer noch ein keer. Ich habe auch die Träuwe, und ich will dir dauer nachgedacht. Ich bin. Ich bin. Und warum? Dass ich probiere, und dann eigentlich nicht kann, nie. Ja, ich kann nicht verstehen, aber ich will das nicht. Ich wünsche es. Morgen begin, wir hören. Ich belohde mich, ich will probiere, Klara. Ich belohde, aber ich will, ich will, ich will, ich will, dass ich geduldig sein kann. Ja, ich will. Ich wundere mich, ich will, dass ich das immer kann. Ich will, dass ich das nicht verheb, dass ich das nicht verheb, dass ich das nicht verheb. Und es ist die Zeit, dass Klara Stare anfängt, mit der Lopofehlungen zu beginnen. Lieber erst nächste Woche. Von morgen ab. Mag ich auch mal schauen, wie sie lernt? Ich glaube nicht, Klara soll davon halten. Ich denke, wir müssen sie lieber mit der Ruhe lassen. Sie doch etwas. Was das jetzt? Will ihr dann nicht heute mit der Bokkeveld tun? Mag ich auch mal schauen? Ja! Ja! Ich werde es. Na ja, bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Ich würde es nur für kleine Kruier geben. Sie haben uns gerade beschlossen, dass wir zu einem von Tag anbieten haben. Nein. Morgen ist es früh genug. Geh ihr mal noch Zeit. Klar? Ja, Klara, wie sieht sie jetzt auch so aus glorious? Ach. Ja. Weet jy wat Heidi? Nee, wat? Ek voel nie so Baba, wat für die erste keer moet leer loop. Ek weet nie klar, aber auf die tiekir denk ich, jy will richtig leer loop nie. Jy will nicht für Dürrige klaar, omdat jy moet oefen. Und jetzt muss andere Menschen jy an michaar röndra. Klinkt das nie für jy, meine Baba nie? Ja, natürlich. Na das jy das sê, kom ich es erst hinter. Ja, dann hü jy auf mit die Klara und wir probieren, so es Opa vroeger gesagt hat. Komm, jy, komm, wir probieren. So, jetzt sehen wir was ich kann. Maak es sehr. Ja, so ein bisschen. Und das? Und das hat das sehr gemacht? Nein, eigentlich nicht. Sieg, ich? Komm, wir probieren wieder. Wir probieren noch nicht die letzte keer. Erst da, da. Nein, ich bin. Nein, nein, nein. Nein, las mal, los mal. Los mal, ich komme zuvor. Ich habe Angst. Nein, nein. Ich glaube, ich denke es reicht. Klar ist es noch sehr? Nein. Weil ich nicht genug konnte helfen. Nein, das funktioniert nicht. Ich kann mir sehen, ich ist nun einmal so. Ich bin für dich ein Parst-Bokmilch. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich bin jetzt wieder zurück. Ich bin jetzt wieder zurück. Ich bin nicht schlecht für mich. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ich fühle mich besser. Ich weiß, was ich vorher falsch gemacht habe. Nein, nicht heute nicht. Ich habe gesagt, wir beginnen morgen wieder zu Beginn. Ja, ich weiß, wir nicht einmal wieder zu... Nein, los, meine. Luister, du bist nicht zu wissen, was du dir gedacht, was du dir gedacht hast, für eine verrassung? Nein. Du fragst nicht, dass du auch anders zu sprechen willst. Komm, probiere wieder. Oh, bitte. Ich bin nicht so lange. Ich werde mich mal wieder verstanden. Ich bin nicht so lange. Ich bin nicht so lange. Oh, ja, ich geh mal für Kleintje kreue, ich geh mal für viel oder so an die anderen. Kleintje! 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 Hehehehe, hoe kom's jy so laat? Jy stoute bok het weggeloop toe moos ek al eerst gaan toek. Sy doe met die gewoenlik nie. Klara, Peter het teruggekom met die bokke. Jy slaap. Ek weet, ja, Kleintje het weggeloop. Oh, ja? Het sy afgedwaan. Ja, kom nou. Jy moet wel vannag alleen blij. Ons kan gaan. Oh, oi het een luk. Jy, kijk bieke om daar. Ja, sikri meisikier is dat het ware daardra. Peter. Ja? Ja? Ach, nix nie. Goeie Nacht, wie geht das? Gut, danke Heidi. Nicht für die Rheumatik. Geht gut. Goeie Nacht. Ich woon auf Barbel weiß, was ihr hier alle ane kon machen. Wie, was ihr hier alle ane kon machen? Wel nicht eigentlich. Die Oudame aus Frankfurt hat das klar um Pense nach Durvli gestürt und ein Groot gedoen zu gereel. Oh, ma. Geh selbst in die Nacht ein paar Töckchen bis hier auf mich. Ich glaube das nicht, das kann nicht sein. Geh selbst in die Nacht. Mag an ein Regen gegroet patruien. Geh selbst. Gut, da. Loop nou. Hulle het jou most aiein uitgenoei. Werks a lie bakken für jouitkeer. Ga maar. Dankie. Wie, danke. Iai Peter. Ja, jy my morraals vertel oor. Ek sal graag wil weet wat sie els gekoop het. Wie, gaan jy? Wat sit nou? Na die kanust toe. Wat maakt jy hier? Was tun wir da? Wir tun was? Da! Ein Partei! Das kann nicht wahr sein! Peter! Klara! Komm, komm! Komm, komm! Nein, nicht so. Oh, das ist so schön! Ein Feist! Ein Rechte Lantern Feist! Oh, 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 oh. Oh my. Jullis allemaal nie betunt, die eet is erg. Speel maar muzikanter. Koma'sblief in die koe sind. Kom, opa kom, ons gaan in. Ja, komm. Welle lekker! Wunderlich lecker. Oh, herzlich willkommen, Alm-E. Vielen Dank für die Ausdruck. Hi, Oma, Opa, Sie danken für die Ausdruck, aber das ist alles zu Hause. Ja, das ist wahr. Oma, Oma, kann die Kinder, die da bei der Hek stehen, mal in, komm und komm, komm, ich bin zusammen mit ihr in die Klasse, Oma. Hier ist genug kost für Alma, ich bin zusammen mit ihr, ihr seid ihr herzlich willkommen. Er ist alles sehr willkommen. Ha, 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 jy kann mal in, komm, wir sind alles gemoei. Ha, 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 ha! Danke. Ist das hier gut so, ist das hier gemaklich? Ja, baie danke, das alles nicht recht so. Oma, Oma hat altijd die beste idees, das alles wunderlich. Ha, 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 ha! Oma, das ist nun all meine Klasmaats. Jakob Klas, Jürgens, Liesel, Peter II, die lange Oskar, und das ist... Wie ist sie dann, he? Oh, das ist meine alte Susser, sie dochtertie. Dann ist ihr ihr oom. Die hat viel mehr Freunde, als ich gedacht habe. Ich denke, ich muss noch Brotgen schneiden. Die Borsche ist auch nicht genug. Hier, das ist ein Lekker, Koss. Heidi, kijk ein bisschen da. Komm, wir spielen an. Jä ist an, jä ist an, jä ist an, jä ist an. Ja! Jä ist ein Läger, das ist ja! Jä ist ein Läger von, das ist ein Läger. Jä ist ein Läger? Komm, wir lachen! Äkstel, umileri Edwards oder nicht? Oh ja, so ausgeladen, ich war auch früher so. Klaren. Wir werden dazwischen Schläte. Wir wollen es spielen. Wir probieren. Nichts. Gut, morgen. Hier ist es! Hier ist es! So muss es für dich auch sein. Und so wird es auch sein, aber dann muss ich fluss aufheben. Ja, es geht. Natürlich, du musst nicht mit deinem Herz gehen. Du kannst es, Clara, du musst es für uns bewiesen. Du musst nicht aufheben. Ja, es hilft. Ja, es hilft. Aber du musst es selbst, mein Kind, nicht daran bleiben. Du kannst es, Clara. Aber das funktioniert. Du kannst nicht aufheben, um daran zu glauben, dass du noch eine Woche ein Tag soll. Ich glaube es, Clara. Ich glaube es. Wir beginnen morgen früh mit den Oefenigen. Ja. 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 Das ist ein Liefer. Ja, das ist ein Liefer. Ich bin ein Liefer. Ich bin ein Liefer. Ich bin ein Liefer. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin so ruhig und ich für mich, und so einsam und allein. Oma, wir müssen uns schreiben hören. Aber natürlich, ich werde dir schreiben, nicht als ich da ankommen. Oma, ich versuche. Ich werde jeden Tag auf die Neus fragen. Ich weiß, dass es kommt. Ja, ich glaube, es wird. Bis zum, Heidi, und helf sie. Bis zum, und vielen Dank. Vielen Dank, Alme. Bis zum. Ja, aber es ist schon wieder. Bis zum, Oma. Ich schreibe, Oma. Ich weiß, ich kann loben, Oma. Ich weiß, ich kann, ich kann. Bis zum, Oma. Ich kann loben, ich kann loben. Ja. Ich kann loben, Oma. Ich kann loben, Oma. Aber sicher konnte ich mich sehen, dass Klara besser wird. Peter war natürlich von all die ungeduldigsten. Er konnte einfach nicht warten, dass Klara gesund wird. Aber für das konnte wahr werden, muss Klara, Heidi und ihre Opa noch viele, viele Jahre hart zusammenarbeiten. Daher kam ein Brief von Klara, sie Oma, auf. Und etwas, was Oma schreibt, hat Klara sehr hart gemacht. Aber davon erzähl uns die nächste Mal.